Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Jetzt habe ich den letzten Teil leider nicht aufgenommen. Es tut mir leid, aber das kann ich vielleicht jetzt auch noch nutzen für... Ja, für... Und zwar... Ja, am 12.8. findet die nächste OMSI 2... Ja, 10-stündige Legendfahrt statt und zwar bei OMSI 2 Players. Das bedeutet, wir werden definitiv, ja, die 10-stündige Legendfahrt machen. Und ja, seid darüber gespannt. Den Link werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Und ja, ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch dann einen wunderschönen Tag, bei dem ihr eben auch was tut. Und ja, bis dahin, euer Peter. Ciao, ciao.